Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ich bin mal nicht draußen, weil es regnet draußen und ich wollte schon lange ein Thema euch präsentieren, was ich hier ausgearbeitet habe und zwar nochmal das Thema Sand. Sand, es gibt so viele Fragen jetzt auch gerade zum Start in die Saison zum Thema Sand. Welchen Sand soll ich nehmen? Wann soll ich sanden? Wie viel Sand soll ich nehmen? Und ich möchte mal hier die Frage in den Raum stellen, geht Sand eigentlich wirklich immer? Das ist ja einer meiner Lieblingssprüche, Sand geht immer. Und ist das wirklich richtig? Tja, das erfahrt ihr heute in dem Video, das wird ein etwas längeres Video. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit, ihr seid ein bisschen entspannt. Ich hoffe, euch interessiert das, das wird auch ein bisschen wissenschaftlich, ganz ehrlich gesagt. Also ich gehe schon so ein bisschen mehr in die Tiefe. Das ist sicherlich nicht für jeden Rasenbesitzer etwas, das ist schon relativ speziell. Wenn ihr interessiert seid, bleibt dran. Wenn ihr andere Videos von mir schauen mögt, dann schaut hier auf meinem Kanal. Wenn ihr was anderes schauen wollt, ist das auch okay. Okay, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr jetzt da seid. Gebt mir einen Daumen, wenn ihr sowas gut findet. Und schreibt natürlich eure Fragen in die Kommentare. Was habt ihr für Fragen zum Thema Sand, zum Thema Bodenverbesserung? Ich hoffe, dass ich euch diese Fragen alle beantworten kann. Ich werde nicht alle Fragen hier in diesem Video beantworten. Es wird ein Vortrag, es wird wieder so eine Vortragsform sein. Also ich habe mal wieder eine neue Präsentation erstellt, so ein bisschen anders. Ich habe schon mal eine Präsentation zum Thema Rasentragschicht, Körnungslinien erstellt. Guckt ihr euch gerne auch nochmal an. Da sind einige Elemente draus genommen jetzt hier für mein aktuelles Video, für meine aktuelle Präsentation. Und wir schalten jetzt mal um auf die Präsentation und da seht ihr einen herrlichen Sandstrand in Dänemark. Und diese Frage gab es auch schon oft. Kann ich eigentlich Strandsand nehmen? Ich hoffe, ich kann die Frage heute beantworten. Ja, grundsätzlich ist der Schlüssel zum Erfolg der richtige Boden. Ein für Rasenflächen geeigneter Boden. Und ich habe ja gerade hier in diesem Video, Messung der Infiltrationsrate, ich weiß gar nicht, wie das Video heißt, da habe ich ja gerade euch gezeigt, was ich schon wieder für einen fatalen Fehler auf meiner Rasenfläche gemacht habe. Ja, ich habe nämlich einfach irgendeinen Mutterboden, irgendeinen Mutterboden genommen, einen Sportplatzmutterboden, wie mir gesagt wurde. Und am Ende hat sich herausgestellt, weil ich auch eben nicht richtig hingeguckt habe, am Ende hat sich herausgestellt, dass dieser Boden völlig ungeeignet gewesen ist. Und deswegen auch dieses Video, deswegen versuche ich jetzt nochmal die Frage zu beantworten, wie kann ich denn wirklich meinen Boden verbessern? Machen wir ganz kurz die Basics. Ich teile das auch in Kapiteln auf. Da könnt ihr ein bisschen rumspringen. Und am Ende, am Ende habe ich für euch, ich hoffe, noch was Interessantes. Jetzt springt nicht gleich vor. Also ich werde hier was anbieten, euch anbieten. Nicht kostenlos, sage ich jetzt gleich, weil ich habe da so unfassbar viel Arbeit reingesteckt. Das sage ich euch am Schluss. Also ich hoffe, ich mache es jetzt ein bisschen spannend. Okay, ich hoffe, ich halte das aus. Ja, die Rasentragschicht. Auf dieser Rasentragschicht, also so nennt man den Boden, im Fachjargon, da wächst halt das Gras. Und in der Regel ist so eine Rasentragschicht 15 Zentimeter dick. Und dann haben wir unten noch irgendeinen Baugrund. Um es gleich vorwegzunehmen, wenn der Baugrund nicht wasserdurchlässig ist, dann funktioniert schon mal gar nichts. Ja, und natürlich gibt es auch ein Wurzelgeflecht. Und das ist aber gar nicht so groß, gar nicht so tief. Also der Hauptwurzelhorizont, so nennt man das, also der Bereich, wo die meisten Wurzeln sind, der liegt so bei 5 bis 7 Zentimeter. Viel tiefer gehen die Wurzeln eigentlich gar nicht. Und deswegen 10, 15 Zentimeter Rasentragschicht ist schon optimal. Woraus besteht denn nun eigentlich so ein Boden? Das nennt sich Bodenmatrix. Der besteht tatsächlich so 50 Prozent aus Poren, also letztendlich Löchern. Und 50 Prozent aus festem Material, aus Festsubstanzen. Also das ist dann 5 Prozent organisches Material und 45 Prozent mineralisches Material. Und mineralisches Material ist nichts anderes als Sand. Und was muss so eine Rasentragschicht denn nun eigentlich können? Und das habe ich hier nochmal zusammengefasst. Was brauchen wir, damit Rasen gut wachsen kann? Wir brauchen tatsächlich auf der einen Seite die Fähigkeit, Wasser festzuhalten, aber auf der anderen Seite auch die Fähigkeit, dass das Wasser durchläuft, dass es keine Staunässe, keinen Wasserstau gibt. Wir brauchen eine gute Durchlüftung. Das heißt Luft, vor allem Sauerstoff, muss in den Boden reinkommen, damit das Bodenleben funktioniert, damit Luft an die Wurzeln kommt, damit die Nährstoffe im Boden tatsächlich verfügbar gemacht werden können. Wir brauchen einen Boden, wo die Wurzeln gerne reinwachsen, der gut durchwurzelt werden kann. Wir brauchen natürlich auch einen Nährstoffspeicher. Das heißt der Boden, die Krümel im Boden müssen irgendwie in der Lage sein, die Nährstoffe festzuhalten, dass sie nicht einfach sofort mit dem Wasser durchgespült werden und gar nicht den Wurzeln der Pflanze zur Verfügung stehen. Ja, belastbar soll natürlich die Rasentragschicht auch sein. Wir wollen darauf rumlaufen, wir wollen darauf Sport machen und wir wollen sie natürlich auch bearbeiten können. Und da ist tatsächlich entscheidend die Korngröße. Die Korngröße dieser mineralischen Bestandteile, also der toten Materie, die ist entscheidend. Es gibt tatsächlich vier Begriffe, die man hier kennen sollte, nicht muss, aber kennen sollte. Einmal den Begriff Kies, dann natürlich den Begriff Sand, Ton und Schluff. Und wir sagen tatsächlich zu allem, was Sand, Ton und Schluff ist, Sand, obwohl es eben drei verschiedene Bestandteile sind. Und diese Bestandteile unterscheiden sich tatsächlich nur durch die Korngröße. Ich habe mal die Größenordnungen hier aufgeschrieben. Und das ist tatsächlich eine sehr breite Streuung von Größen, von wirklich bei Ton 0,002 Millimeter. Ich müsste mal mir irgendeinen Vergleich überlegen. Ich weiß nicht, wie dick ein Haar ist. Keine Ahnung. Aber das ist unfassbar fein. Der Schluff ist von 0,06 bis 0,002 Millimeter. Und der Sand fängt bei 0,06 Millimeter Durchmesser, Korndurchmesser an. Und geht dann für uns sinnvoll bis 2 Millimeter. Und Kies, alles was größer ist als 2 Millimeter, naja, 4 Millimeter geht es vielleicht auch noch, aber alle größeren Steine sollten idealerweise nicht in einer Rasentragschicht sein. Ja, was sollte denn nun so eine Rasentragschicht eigentlich können? Ja, sie sollte tatsächlich Raum für Luft und Wasser zur Verfügung stellen. Und das sind die sogenannten Poren. Wenn man hier, wie auf dem Bild, man sieht mal ja, wenn man eben so Steinchen in so ein Glas kippt, dann ist das ja nicht ohne Zwischenraum, so ein Gemisch aus Steinen. Und das nennt man tatsächlich im Fachjargon Poren. Und es gibt sogar drei verschiedene Arten von Poren, nämlich Grobboren, Mittelporen und Feinporen. Das ist später jetzt gleich nochmal wichtig. Der eine oder andere von euch, der wird schon denken, oh, nicht schon wieder Poren. Ja, aber die sorge eben dafür, dass Luft und Wasser in dieses Mineralgemisch, in diesen Sand, in diesen Boden eindringen kann. Und wie das jetzt im Prinzip, so ganz grob im Prinzip funktioniert, habe ich hier mal versucht zu animieren. Also, wir haben unseren Boden und es regnet und der Wassertropfen fällt auf den Boden und füllt die Poren mit Wasser. Also, der Boden wird mit Wasser gefüllt und dann ist alles voll Wasser. Und wir haben aber dummerweise auch noch die Schwerkraft. Und die Schwerkraft sorgt nun dafür, dass alle Bestandteile, alle Wasserbestandteile, die nicht gehalten werden können, dass diese Bestandteile wegfließen, abfließen. Und das ist eben die Wasserdurchlässigkeit. Und wenn ein stabiler Zustand erreicht ist, dann spricht man von der sogenannten Feldkapazität. Das ist also die Menge an Wasser, die der Boden so gerade noch festhalten kann. Und ihr kennt ja auch die Eigenschaft von Wasser. Wasser hat eine Oberflächenspannung. Und deswegen ist das Wasser in der Lage, auch an den Körnern, an den Sandkörnern zu haften. Und wenn eben die Lücken zu groß sind, läuft das Wasser einfach durch. Genau. Und dann entsteht eben genau in diesem Zustand, entstehen Luftporen. Und wir haben aber auch eben Wasser, was pflanzenverfügbar ist. Also da, wo eben ein bisschen mehr Wasser vorhanden ist. Das kann die Pflanze sich holen. Und wie passiert das nun? Naja, der Boden wird vom Gras durchwurzelt. Die Wurzeln schieben sich zwischen diese Steinchen, um dort an das Wasser, an die Nährstoffe heranzukommen. Und die Pflanze kann nur über das Wasser die Nährstoffe aufnehmen und damit zur Pflanze zum Grashalm transportieren. Und ja, und wenn das Wasser aufgebraucht ist, dann haben wir tatsächlich noch ein gewisses Restwasser. Das nennt man auch Todwasser oder nicht pflanzenverfügbares Wasser. Das heißt, die Pflanze kommt eben nicht an das gesamte Wasser heran. Und gerade in den Feinporen, deswegen sind diese verschiedenen Poren so wichtig, gerade in den Feinporen wird das Wasser so stark festgehalten, dass die Gräser damit nichts anfangen können. Ich fasse das nochmal zusammen. Also das Bodenwasser fließt durch diese Porenstruktur und in den Grobboren sickert das Wasser einfach weg. Das Wasser läuft durch, in den Mittelporen ist das Wasser für die Pflanze verfügbar, weil es festgehalten wird. Und in den Feinporen ist es nicht mehr verfügbar, weil es aus diesen Poren nicht mehr herausgezogen werden kann. Das ist dann das sogenannte Todwasser. Und das ist tatsächlich abhängig auch vom Durchmesser, interessanterweise. Und man spricht eben hier von diesen Durchmessern. Ich will das jetzt gleich ein bisschen hoffentlich schöner veranschaulichen. Es gibt nämlich ein Diagramm. Und jetzt wird es auch ein bisschen verwirren. Es gibt ein Diagramm, und zwar das sogenannte Körnungsdiagramm. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Und zwar haben wir hier unten aufgetragen, den Korndurchmesser, also den Sandkorn-Durchmesser. Und hier haben wir die Häufigkeit, die Verteilung aufgetragen. Und das ist hier logarithmisch aufgetragen, weil eben der Unterschied zwischen ganz klein und relativ groß eben sehr, sehr groß ist. Also weil das ein sehr, sehr weiter Bereich ist. Da sind eben, was sind das? Eins, zwei, drei, sogar vier Zehnerpotenzen im Durchmesser. Im Durchmesser, um das ein bisschen zusammenzustauchen, strägt man das hier logarithmisch auf. Das müsst ihr euch jetzt nicht merken. Ja, und man spricht eben hier, wie schon gesagt, ab 0,002 Millimeter. Alles, was da drunter ist, von Ton. Und hier in diesem Bereich von Schluff, hier von Sand, hier von und hier von Kies. Und für uns relevant ist tatsächlich vor allem der Sandbereich und ein bisschen Schluff. Das ist eigentlich ideal. Die Feinporen, die sind tatsächlich im Bereich der Tonstrukturen und die Mittelporen hier zwischen Ton und Schluff. Und alles, was oberhalb von 0,01 Millimeter ist, das ist tatsächlich der Bereich, wo das Wasser durchfließt. Das sind die sogenannten Grobboren. Und um das noch mal ein bisschen verständlicher zu machen, ich hoffe, sonst umgeben wir gleich eine Rückmeldung. Ja, die Eigenschaften von Sand. Sand hat eine sehr hohe Wasserdurchlässigkeit. Sand kann, also Sand, wie er jetzt hier in der Größenordnung dargestellt ist, kann Wasser praktisch nicht speichern. Sand kann aber auch nur sehr schlecht verdichtet werden. Und das ist aber natürlich für uns positiv. Aber die Nährstoffspeicherung ist in Sand auch extrem gering. Schluff dagegen hat eine schon relativ hohe Wasserspeicherung. Eine deutlich geringere Wasserdurchlässigkeit lässt sich schon relativ hoch verdichten und hat schon relativ gute Nährstoffspeicherung. Und der Ton hat natürlich genau gegensätzliche Eigenschaften. Der hat eine ganz schlechte Wasserdurchlässigkeit. Tonschalen kennt ihr natürlich. Man kann also mit Ton Schwimmbäder bauen, kann man Teiche abdichten. Hat auch eine sehr hohe Wasserspeicherfähigkeit durch diese feinsten Poren, die der Ton hat. Lässt sich sehr gut verdichten, was wir überhaupt nicht gut finden, was die Wurzel auch nicht gut findet. Und die Nährstoffspeicherung ist tatsächlich in diesen feinen Poren sehr, sehr hoch. Ja, und um nochmal diese verschiedenen Anforderungen an unsere Rasentagsschicht hier mit den verschiedenen Bestandteilen zu mischen, sieht man eben, dass man für ein Wasserhaltevermögen braucht man vor allen Dingen Ton und Schluff. Für eine Wasserdurchlässigkeit, vor allen Dingen Sand. Für eine Durchlüftung braucht man vor allen Dingen Sand und noch ein bisschen Schluff. Für die Durchwurzelung braucht man vor allen Dingen Sand. Für die Nährstoffspeicherung, Ton und Schluff. Und für die Belastbarkeit und Bearbeitbarkeit braucht man vor allen Dingen Sand. So, und daraus hat nun die Wissenschaft eine Vorgabe gemacht und hat gesagt, also, wenn ihr die perfekte Rasentragschicht haben wollt, dann müsst ihr in eurem Boden genau diese Körnungsverteilung haben. Das ist hier eine Körnungsverteilung. Das ist der ideale Bereich für die Körnungsstruktur eures Bodens. Also hier nochmal zur Erklärung. Hier unten ist der Körndurchmesser aufgetragen zwischen 0,01, 1 und 10 mm. Und hier ist die Massenverteilung aufgeteilt. Das heißt, ich habe 100% Boden und der sollte maximal, maximal 10% Ton und Schluff haben. Und der sollte auch nur, ich sage mal, 5 bis 10% größere Steine haben als 1, 2, 3 mm. Also bis 4 mm ist so die Grenze. Größere Steine sollten nicht in der Rasentragschicht drin sein. Und es gibt noch eine zweite, einen zweiten Bereich. Der ist also hier für Sportrasenplätze ideal. Das ist eine DIN, ist sogar eine DIN definiert. Und ja, das hat man eben halt untersucht und so dann letztendlich festgelegt. Und ich komme gleich dazu, was man damit machen kann. Ja, und es gibt noch eine zweite, einen zweiten Bereich und zwar für Golfplatzgrün. Und der ist noch ein bisschen schärfer, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht. Dann ist der hier im unteren Bereich noch ein bisschen schärfer. Also hier werden noch weniger, noch weniger Feinanteile gefordert für ein Golfplatzgrün. Da wird ganz viel Wert auf Stabilität gelegt, auf Wasserdurchlässigkeit, auf natürlich gute Bespielbarkeit. Da will man ja quasi eine topfebene, stabile Rasenfläche haben, extrem kurz gemäht, wo die Golfbälle ganz gleichmäßig und berechenbar rollen. Und deswegen hat man hier für die Golfplatzgrünsrasentragschicht diese Forderung der Körnungsverteilung nochmal verschärft. So, und was macht ihr jetzt? Ja, ihr, das habe ich jetzt gerade gemacht, ich habe das Ergebnis noch nicht. Ihr könnt jetzt in einem Bodenlabor bei der Lufer, wo auch immer, könnt ihr jetzt so eine Körnungslinie euch ermitteln lassen. Das kostet gar nicht so viel Geld. Also ich war erstaunt, ihr zahlt da, jetzt sage ich mal, bis ungefähr 150 Euro, je nachdem, wo ihr das machen lasst. Also ihr könnt euch ein halbes Kilo Mutterboden aus eurem Rasen herausholen, so in diesen, am besten in diesen 5 bis 7 Zentimeter, das ist ideal. Also unterhalb der Grasnarbe in 5 bis 7 Zentimeter Tiefe. Holt ihr euren Mutterboden raus, packt den in eine Plastiktüte, ein halbes Kilo und schickt diesen Boden zur Lufer, zu einem Bodeninstitut. Und die macht euch eine Körnungslinie. Die trocknen halt dann diese Probe und sieben die durch und sagen euch genau, wie viel Sand, Ton und Schluff in welchen Durchmessern ihr im Boden habt. Und dann kriegt ihr vielleicht so eine Körnungslinie vom Labor zurückgeschickt. Ich habe meine Körnungslinie noch nicht, aber ich bin super gespannt, wie die aussehen wird. Ich habe mir jetzt einfach hier angenommen, dass hier in diesem Boden ungefähr 20 Prozent Ton und Schluff drin sind. Und das ist natürlich, wenn ihr jetzt hier das mit dem Sollbereich vergleicht, das ist natürlich schon zu viel. Und das ist ein Problem. Das heißt, dieser Boden ist zu feinporig, lässt das Wasser nicht besonders gut durch, lässt sich relativ leicht verdichten, ist nicht besonders stabil und also auf Deutsch gesagt schlecht. So, und jetzt kommt das Thema Sand. Entschuldige, dass ich so lange hier gesabbelt habe. Aber jetzt kommt das Thema Sand und ihr wollt ja nun diesen Boden, euren Boden verbessern. Und das will ich ja auch. Und wie könnt ihr das tun und was müsst ihr denn tun? Und ja, und dann hilft nur Sand. Aber der richtige Sand. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Sand ist nicht gleich Sand. Sand muss eben für die Verbesserung eures Bodens geeignet sein. Und man redet ja immer, ich weiß nicht, habt ihr es schon mal gehört, vielleicht habt ihr es noch nicht gehört. Man redet immer von 0,2er Sand gewaschen. 0,2er Sand gewaschen. Das heißt, die Sandkuhle, der Sandlieferant, der Hersteller, gräbt also in seiner Sandkuhle den Sand aus, baggert den Sand aus und wäscht diesen Sand. Und durch diese Waschung werden die ganzen Ton- und Schluffanteile, diese feinsten Partikel, die werden weggespült, weggeschlemmt. Und wenn es gut läuft, dann bleibt wirklich ein Sandkorn in der Größe von 0,06 Millimeter übrig. Und alles, was oberhalb von 4 Millimeter ist, wird natürlich auch ausgesiebt. Und dann kriegt ihr hoffentlich einen Sand, der so eine Körnungslinie hat. Und ihr müsst euch unbedingt, und das habe ich auch immer falsch gemacht, ihr müsst euch unbedingt, wenn ihr Sand kauft, so eine Körnungslinie geben lassen. Und die sollten auch so eine Körnungslinie haben, denn sonst könnt ihr im schlimmsten Fall mit dem Sand überhaupt nichts anfangen. Wenn der zu viel Ton und Schluff hat, dann ist der Sand überhaupt nicht geeignet, um euren Boden zu verbessern. Und dieser Sand, den ich hier mit der grünen Linie dargestellt habe, der hört hier tatsächlich bei 0,06 auf. Das heißt, der hat keinen Ton und Schluff. Und sonst hat er hier vom Verlauf, hier einen ähnlichen Verlauf wie die Solllinie. Und was macht ihr nun mit diesem Sand? Na ja, ganz klar, ihr mischt diesen Sand mit eurem Boden. Und das ist nicht ganz einfach. Wenn ihr jetzt mit so einem Erifizierer, mit einem Handerifizierer, mit einer Maschine, mit einem Toro Pro Core hier eure Löcher stanzt, dann könnt ihr, ich habe es ausgerechnet, im Idealfall könnt ihr so 13% eurer, 13% eures Bodens austauschen, rausholen aus der Rasentragschicht. Das heißt, ihr kriegt auch nur maximal 13% reinen Sand, so einen guten Sand, in euren Boden rein. Wenn ihr das natürlich immer wieder macht, dann fängt sich natürlich nach und nach an, immer mehr dieser Sand zu verbessern. Das heißt, der Ton- und Schluffanteil wird immer geringer. Wenn ihr jetzt euch eine neue Rasenfläche anlegen wollt, dann solltet ihr erstmal euren Boden prüfen lassen, was habt ihr da für einen Boden, was habt ihr für eine Körnungslinie. Und dann könnt ihr natürlich mit sehr viel Aufwand, ich weiß, diesen Boden, der jetzt vorhanden ist, der meinetwegen genauso aussieht wie die blaue Linie, 1 zu 1, also 50 zu 50, 50 zu 50, 1 zu 1, also mit 50% Sand, mit der gleichen Menge Sand mischen. Also 1 zu 1 mischen, sag ich das jetzt richtig? Also ja, 1 zu 1. Also ihr macht 50% Mutterboden und 50% Sand. Und wenn ihr das tut, dann könnt ihr dadurch eure Körnungslinie verschieben und dann sieht die nämlich genauso aus. Das ist jetzt die Summe, ich hätte nochmal die alten dazulegen sollen, das ist die Summe aus dem vorhandenen Boden und dem gewaschenen Sand. Und dann kommt ihr schon mit der ersten Maßnahme, mit der ersten Verbesserung, kommt ihr dann schon in den idealen Bereich hinein. In diesem Beispiel, ich weiß nicht, wie euer Boden aussieht, ich werde bald wissen, wie mein Boden aussieht und dann werde ich euch natürlich auch erzählen, wie das Ergebnis ist und welchen Sand ich idealerweise nehmen sollte. Und nur so, nur so kann man tatsächlich seine Rasentragschicht verbessern. Das ist jetzt eher was für den Profibereich, sag ich ganz ehrlich. Wenn ihr jetzt mit eurem Erifizierer hier so kleine Löcher in euren Rasenstands, dann hilft das natürlich auch. Aber um wirklich eine nachhaltige Verbesserung zu erreichen, müsst ihr das sehr oft tun. Ich habe es auch noch nicht oft genug getan. Und ihr müsst tatsächlich auch sehr, sehr viel Boden austauschen, um dann irgendwann zu einem super Ergebnis zu kommen. Also Fazit, Sand geht immer richtig, aber wenn es der richtige Sand ist. Auf keinen Fall Sand verwenden mit viel Ton und Schlupf, sondern es muss ein gewaschener Sand sein. 0,06 bis 2 mm, vielleicht 0,2 bis 1,8 mm, was ihr auch kriegt. Da muss der pH-Wert noch stimmen, der sollte natürlich möglichst neutral sein. Ganz, ganz wichtig. So, ich bin mit der Präsentation jetzt am Ende, aber ich möchte euch noch was anderes zeigen. Was ihr jetzt seht, ist hier eine von mir erstellte Excel-Datei. Ich habe nämlich lange gesucht, ob es dieses Diagramm mit dieser Körnungslinie, mit diesem DIN-Soll-Bereich für eine Sportplatz-Rasentragschicht, ob es dieses Diagramm irgendwo als Tabelle gibt, sodass man das in Excel darstellen kann. Gab es nicht. Deswegen habe ich mit viel Mühe diese genormte Rasentragschicht-Körnungslinie, diesen Körnungsbereich, für eine Sportplatz-Rasentragschicht und für eine Grüns-Rasentragschicht hier nachkonstruiert. Und das sieht man jetzt hier nur anhand der Kurven. Also ich habe einmal hier diese beiden roten gestrichelten Kurven. Das ist der Bereich Min und Max für eine Sportplatz-Rasenfläche. Und diese beiden blauen gestrichelten Kurven, das ist der Bereich für eine Grüns-Rasenfläche. Und die sind jetzt tatsächlich hier per Tabelle hinterlegt. Und jetzt kann man eben hier mit dieser Datei herumspielen. Ich habe jetzt mal spaßeshalber hier irgendeine Mutterboden-Körnungslinie reingeschrieben. Wenn ihr jetzt so eine Bodenanalyse bekommt, dann könnt ihr genau diese Daten entweder als Siebdurchgang, erkläre ich dann nochmal beim nächsten Mal, wenn ich das selber bekomme, oder direkt als prozentualen Anteil, könnt ihr das hier in die Tabelle eintragen. Da müsst ihr noch ein paar Zwischenpunkte interpolieren. Und dann habt ihr eben in dem Diagramm auch hier eure Körnungslinie für euren Boden drin. So, und die liegt jetzt zum Beispiel so. Also die ist richtig schlecht. Ich habe hier 30 Prozent Ton und Schluff. Die liegt hier weit oberhalb des Sportplatz-Soll-Bereiches. Ich konnte das ja nicht schriftieren, entschuldigt. So, und jetzt habe ich mal auf der anderen Seite hier eine Sandkörnungslinie eingetragen, eine ganz extreme Sandkörnungslinie. Das ist der Sand von der Firma Schlingmeier hier aus unserer Gegend, aus Rode. Ein reiner Quarzsand, 0,4 bis 1,4 Millimeter. Also der fängt hier 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,355 genau. Also fängt der an, also alles unter 0,355 Millimeter wird rausgesiebt und hört hier bei 1,4. Hier ist 1, da ist 2, hier bei 1,4 aus. Ich konnte nicht weitere Linien reinzeichnen. Das war schon irre genug, hier eine logarithmische Darstellung in Excel zu zaubern. So, das ist also S40T von Schlingmeier. Da ist er drin. So, und wenn ich jetzt diesen Mutterboden mit dem Schlingmeiersand 1 zu 1, also 50 Prozent Sand mit dem Mutterboden tausche, dann kriege ich genau diese Linie hier automatisch errechnet. So, das heißt, wenn ich das 50 bis 50 mit dem Schlingmeier-Quarzsand mischen würde, diesen Boden, dann würde ich ein Stück weit, ein ordentliches Stück weit runterkommen. Aber ich bin noch nicht ganz klar, wo ich hin will im Ton- und Schluffbereich. Jetzt kann man mal rumspielen. Jetzt kann man nämlich hier in der Tabelle das Mischungsverhältnis eintragen. Und zwar, habe ich ja gerade gesagt, ideal schafft ihr mit dem Toro Pro Core 13 Prozent Austausch. Also nehme ich hier 13 Prozent Austausch, das heißt 13 Prozent Sand rein. So, und dann schafft ihr mit dem einmaligen Erifizieren gerade diese Verbesserung. Das ist eine Verbesserung von gerade mal 4 Prozent. Und das ist der Grund, warum ihr immer wieder Erifizieren müsst. Ich habe das nochmal etwas ausführlicher dargestellt. Ich blende mal jetzt hier weitere Erifizier-Vorgänge ein. Achso, die nehme ich wieder raus hier. Ich habe noch andere Sande hier drin. Ausblenden. So, jetzt habe ich mal hier mit S40T, dann zweite Runde, dritte Runde, vierte Runde. Also viermal Erifiziert. So, und dann seht ihr, was passiert. Das heißt, wenn ich den Mutterboden viermal mit S40T mische mit 13 Prozent, dann komme ich von 30 Prozent Ton und Schluff auf, naja, was sind das hier, 17 Prozent Ton und Schluff. Ich komme runter, aber das dauert unwahrscheinlich lange. Mit meinem Vertidrain, mit dem Kubota, mit der Kubota-Zugmaschine. Ich habe es ausgerechnet, zeige ich euch gleich noch. Mit der Kubota-Zugmaschine, mit meinem Vertidrain, mit einer 16er Spoon, komme ich auf 6 Prozent. Auf 6 Prozent maximal. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob das auch stimmt. Ich muss nochmal die andere Datei schnell öffnen. Sandmengen-Berechnung. Ich habe meine zweite Datei, Sandmengen-Berechnung. So, also ich habe 300, er hat 330 Löcher pro Quadratmeter. Und genau. Und ich habe jetzt hier einen 16er Durchmesser. Und ich gehe 10 Zentimeter tief, also ich kann bis 10 Zentimeter meinen Boden austauschen. 330 Löcher soll er ideal können. Dann bin ich hier bei 6,6 Prozent. Den ich, also 6,6 Prozent des Bodens kann ich damit rausholen, mit dem Errifizierer. Und jetzt sage ich mal, ich kaufe mir jetzt einen 20er Spoon, also mehr traue ich meiner Maschine nicht zu. Dann komme ich hier auf maximal 10 Prozent. Wenn ich jetzt den Procore nehme, der kann 440 Löcher pro Quadratmeter. Und der kann auch sicherlich locker einen 20er Spoon. Der geht aber nicht so tief, der geht nur 18 Zentimeter tief. Das ist egal, da geht es nur ums Volumen. Für die Sandmenge, die er benötigt, das könnt ihr hier mit der Tabelle uns ausrechnen, komme ich auf 13,8 Prozent. Und das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Gut, also ich habe 13 Prozent gesagt, also 13,8 Prozent schafft der Procore maximal. Und das ist die beste Maschine, die es auf dem Markt gibt. Wenn ihr natürlich so richtig fette Holespoons nehmt, dann könnt ihr natürlich noch mehr austauschen. Also bleiben wir aber bei meinem Verti-Drain. Der schafft nicht ganz 330 Löcher. Ich habe das mal nachgerechnet. Und ich habe nur einen 16er Spoon, also schaffe ich 6 Prozent. So, und jetzt gehe ich zurück, rage hier also 6 Prozent ein. Und dann schaffe ich mit viermal Erifizieren nur eine Bodenverbesserung von, was sind das hier, 7 Prozent. Man muss sich das mal vorstellen. Also viermal Erifizieren pro Jahr ist der Wahnsinn. Also ich halte ja zweimal Erifizieren pro Jahr mit Holespoons für schon viel Arbeit. Das heißt, ich bin zwei Jahre dabei und kann meinen Boden gerade mal so um 6, 7 Prozent verbessern mit meiner Maschine. Und da sieht man eben, wie wichtig es ist, gleich am Anfang alles richtig zu machen. Wenn ihr euch ne gute Rasenfläche anlegen wollt, wenn ihr das Thema interessant findet, wenn euch, wenn das für euch ein tolles Hobby ist, dann solltet ihr gleich von Anfang an euren Boden untersuchen lassen, eine Körnungslinie machen lassen, den Boden mit dem richtigen Sand mischen, ihn dann auf der Fläche verteilen. Dafür sorgen, dass ihr auch natürlich unter dieser Rasentragschicht eine gute Drainage habt. Also dass euer Untergrund, dass der auch das Wasser ablaufen lässt. Sonst müsst ihr eine Drainage anlegen. Und dann habt ihr die idealen Voraussetzungen für einen perfekten Rasen. Was sage ich ja eigentlich. Ja, also ich werde sowohl diese überarbeitete Datei zum Thema Sandmengen berechnen, wie auch die Datei zum Thema Körnungslinien. Diese Dateien werde ich auf unserer Homepage zur Verfügung stellen. Ich werde dafür ein bisschen Geld nehmen. Ich habe Stunden darin investiert und ich habe mir überlegt, also wenn es umsonst ist, dann ist es auch nichts wert. Also ihr müsst dafür ein bisschen was bezahlen, wenn ihr es haben wollt. Ja, und jetzt könnt ihr nochmal einen Daumen geben oder nicht. Jetzt könnt ihr nochmal schreiben, ob ihr das Video interessant fandet oder nicht. Ich bin jetzt durch. Ja, und auch ein bisschen durchgeschwitzt. Und ich hoffe, ihr fandet es spannend. Danke fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns im nächsten Mal. Tschüss.